Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grassel und Matej. Heute wieder bei mir, Andreas Grassel. Schön, dich zu sehen. Wir reden heute über ein super spannendes Thema und zwar, vielleicht habt ihr es mal gehört, es geht um das Havanna-Syndrom. Wir tauchen dabei tief ein in die Techtelmechtel zwischen Geheimdienstaktivitäten und Vorwürfe. Russen würden irgendwelche Mikrowellenwaffen benutzen, um CIA-Agenten auszutauschen. Also wir sind da wirklich in einem Kaninchenbau versunken. Es ist wirklich zu wild. Auslöser der ganzen Geschichte ist der 1. April, wo ein neues Recherche-Kollektiv, bestehend aus The Insider, 60 Minutes und der Spiegel, neue Informationen zu diesem Havanna-Syndrom veröffentlicht haben. Das ist wirklich eine legitische Sache, auch wenn die neue Studie jetzt am 1. April rauskam. Wir werden euch gleich mehr dazu erzählen. Wir fangen aber an mit den bekannten Flinken 4. Andi, bist du bereit? Let's go. Erdogan bezieht eine Wahlniederlage bei den Regionalwahlen. Ja, also wieder sind die größten Städte der Türkei, Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Antalya, alle in der Hand der oppositionellen CHP. Und das schon zum zweiten Mal, nachdem das 2019 ebenfalls so passiert ist. Die Wahl unterscheidet sich vom Wahlverhalten klar zur Präsidentschaftswahl von letztem Jahr. Und das ist schon ein ziemlicher Denkzettel für die AKP. Selenskyj entlässt seinen langjährigen Freund und Businesspartner Sergej Sheffir von seiner Position als Präsidentenberater. Das ist ein starkes Stück, weil die beiden kennen sich seit Jugendtagen, hatten gemeinsam diese Produktionsfirma Quartal 95, die unter anderem auch die Serie Sluhanarodu, wo Präsident Selenskyj damals noch den Comedy-Präsidenten spielt, produziert hat. Und ja, dass der jetzt auf einmal nicht mehr Präsidentenberater ist, obwohl er eigentlich der Geschäftsführer seines Privatimperiums war, das von Selenskyj, das ergibt schon ein paar Fragen auf, was da passiert ist. Es sind derzeit viele Videos im Umlauf, in denen man zu sehen kann, wie die Ukraine und Russland vermehrt Bodendrohnen einsetzen. Ja, da war eine ukrainische Drohne, die dann aus der Luft eine russische Bodendrohne zerstört hat. Das heißt, der Drohnenkrieg hat jetzt auch sozusagen die dritte Dimension so richtig erreicht. Wir hatten die ukrainischen Wasserdrohnen, wir hatten natürlich die Drohnen aus der Luft und nun auch fahrende auf dem Boden. Also war vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, aber trotzdem war es für mich beeindruckend, das dann in einem Video zu sehen. Ja, also es gab einen Raketenanschlag, wir nehmen am Dienstag auf, am gestrigen Montag, bei dem iranische Generäle, die sich gerade mit den Assad-Leuten in Damaskus unterhalten hatten, mit einer israelischen Rakete getroffen wurden. Ist schon zum zweiten Mal seit dem 7. Oktober der Fall, dass sowas passiert. Damaskus liegt halt wirklich locker in der Reichweite der israelischen Raketen. Und ja, da sind wieder mal die Köpfe der Schlange abgeschlagen worden. Musste Iran vielleicht in Zukunft ein bisschen besser aufpassen. Das war's mit den flinken Vier. Dann wollen wir voll eintauchen in das heutige Thema. Havanna-Syndrom. Und es ist ein mega geiles Thema. Ich habe mich jetzt voll eingelesen. Dennoch warst du derjenige, der diesen ganzen Ball in Rollen gebracht hat und gefragt hat, hast du schon mal vom Havanna-Syndrom gehört? Und jetzt werfe ich natürlich dementsprechend dir das Recht des Erstredendsten vor. Was hast du denn davon schon gehört? Also das Havanna-Syndrom war das letzte Mal auf meinem Radar vor vier, fünf Jahren, als es in Wien Fälle davon gab, dass plötzlich Diplomaten, vor allem US-Diplomaten, unter mysteriösen Kopfschmerzen gelitten hatten, unter Übelkeit, unter Schlaflosigkeit. Und man konnte sich nicht so wirklich erklären, woher das kommt, gleichermaßen eine Viruskrankheit ausgeschlossen werden konnte, weil sowas könnte man ja detektieren. Und es würde ja auch das Umfeld und nicht nur die Diplomaten selbst einen solchen Virus in sich tragen. Aber es handelt sich halt wirklich selektiv um diese Berufsgruppe, die da offensichtlich getargetet wurde. Und keiner wusste so recht, worum es da geht. Havanna-Syndrom deshalb, weil es ja angeblich in Havanna das erste Mal aufgetreten sein soll, 2016. Andere Quellen sagen dann, das war 2014 schon im amerikanischen Konsulat in Frankfurt. Aber der Umstand ist, es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe Prinzip. Und dann dachte man sich, okay, das könnte doch mit einer biologischen Waffe zu tun haben, die halt speziell irgendwie auf die Genstruktur dieser Diplomaten abgestellt ist. Das hat man, mit solchen Waffen hat man schon im Kalten Krieg einzelne Versuche durchgeführt, wo du sagst, du lässt eine biologische Waffe raus, die aber bewusst nur Leute angreift, die jene Genstruktur in sich tragen, die aus diesem und jenem Land kommt. Aber das wäre natürlich bei einem so diversen Staat wie den USA nur schwer möglich, weil du hast dort alle möglichen ethnischen Gruppen, die aus unterschiedlichen Orten der Welt zu unterschiedlichen Zeiten eingewandert sind. Deswegen die Variante Mikrowellen, durch die eben der Ort, an die sich diese Diplomaten aufhalten, bestrahlt wird und dann diese Symptome hervorruft. Und das war jetzt auch der Inhalt, nicht nur, aber in detaillierterer Form der Inhalt dieser neuen Recherchen. Und da kannst du jetzt gerne drauf eingehen. Ja, genau. Also ich räume nochmal hinter dir auf oder streiche nochmal hinter dir alles schön an. Also Havanna-Syndrom bezeichnet eben dann so eine Art Krankheit oder Auftreten gewisser Symptome. Ich habe die hier auch alle mal dabei. Es sind chronische Kopfschmerzen, Schwindel, Tinnitus, Schlaflosigkeit, Übelkeit, Dauerhafte psychophysiologische Beeinträchtigung, teilweise Blindheit oder Hörverlust, Berichte über plötzlich intensiven Schmerz, oft einseitig, als ob vom Energiestrahl getroffen, Diagnosen von leichtem Schädel-Hirntrauma und schwere kognitive langzeitliche Folgen, die zur Berufsunfähigkeit führten. Also das ist das Havanna-Syndrom und dann eben Havanna-Syndrom danach benannt, nach dem ersten Fall, der, wie du sagtest, so richtig Aufmerksamkeit bekommen hat in Kuba, als die Amerikaner wieder angefangen hat, mit Geheimdiensten in Kuba auch unterwegs zu sein. Und Kuba ist ja eh hier, sag ich mal, der große Freund Russlands, wo du schon immer dann sehr starke russische Aktivitäten hattest. Und das, obwohl der erste Fall 2014 in Frankfurt war. Und das hat, wie wir gleich erfahren werden, so die amerikanische Regierung und die Dienste haben das so ein bisschen verschwiegen, haben das nicht so sehr nachgefolgt. Sonst, und das finde ich schon krass, würde das Ding heute Frankfurter-Syndrom heißen und nicht Havanna-Syndrom, weil in Frankfurt die ersten Fälle davon aufgetreten sind. Also wie viele betrifft es bislang? Also bei den Behörden haben sich in Amerika rund 1500 potenzielle Betroffene gemeldet. Aber in Regierungskreisen schätzt man, dass nur 150 Fälle wirklich darauf zurückzuführen sind. Und das Ganze macht es eben so spicy. Also wir schauen uns gleich an, was die neue Entwicklungen betrifft. Aber die erste öffentliche Aufmerksamkeit waren eben diese 20 CIA- und Außenministeriumsbeamte in Kuba nach der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen. Und dann war es halt schwierig, weil viele Agenten und Ehemalige haben das gemeldet. Und die Regierung wollte das irgendwie nicht bekannt machen und irgendwie nicht so drüber reden. Und man hat auch gar nicht gesagt, dass das wirklich irgendwie so eine Krankheit ist, sondern man nennt das dann hier so abnormale Diagnose oder Symptome, die dort dann eben auftreten. Und man hat es erst gesagt, ja, das ist meistens so multikomplexe Faktoren, die Vorerkrankungen der Person und andere Umwelteinflüsse, wo man das also komplett auf die einzelnen Agenten zurückgeführt hat, dass sie daran schuld sind. Es waren aber meistens dann Agenten, die einen Bezug oder eine Expertise im Raum Russland hatten, die Sprache sprachen oder in damals wichtigen Entscheidungen in Moskau aktiv waren und, was ich auch heftig finde, deren Familienangehörige. Und dann der nächste große Schritt war dann unter beiden. 2021 wird der sogenannte Havanna Act unterzeichnet. Da spricht man den Opfern erstmalig zur Art Reparationszahlungen oder Entschädigungszahlungen zu im sechsstelligen Bereich, also einer der bekanntesten und ersten Fälle ist dieser ehemalige Außenministeriumsbeamte Marc Lenzi. Der hat auch 2014 dann in Frankfurt im US-Konsulat gearbeitet, war dort sowas wie der Offizier vom Wachdienst sozusagen, also so der Sicherheitsbeauftragte, der dort dann alles gecheckt hat. Und im Havanna Act wird aber noch gesagt, ja, das ist mehr so ein massenpsychologisches Phänomen und mich hat es so ein bisschen daran erinnert, wie bei der Bundeswehr, wenn du auf irgendeine Übung fährst und auf einmal melden sich alle krank und du denkst dir, okay, eigentlich ist das alles Schutzbereich 3, ich darf als Chef gar nicht nachfragen, ob der was hat und ich darf es eigentlich auch gar nicht anzweifeln. Ich muss einfach davon ausgehen, dass die wirklich zufällig alle, jetzt kurz bevor wir auf Übungen rausgehen, krank sind. Und das ist halt schwierig. Ich darf auch nicht sagen, ja, die sind nicht krank, weil wer bin ich? Vielleicht ist er ja wirklich krank. Also es hatte halt dann für die Regierung immer diesen spicy Nebengeschmack. Ja, sind die wirklich krank oder wollen die jetzt die Reparationszahlungen? Und deswegen wurde es dann sehr so ein bisschen in die Massenhöhe geordnet. Und was dann auch wichtig war in diesem Havanna Act 2021, was bei vielen Betroffenen dann wirklich Enttäuschung ausgelöst hat, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es auf irgendeinen ausländischen Akteur oder fremden Akteur zurückzuführen ist. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du hast so eine, und dieser Mark Lenzi zum Beispiel, der beschreibt das, der hat bis heute irgendwie Kopfschmerzen auf dem einen Auge, kann er nicht sehen und hat heftigsten Tinnitus. Und das hast du halt nach einer Aktion irgendwie von der Arbeit bekommen. Und die beschreiben dann auch, was da passiert. Das ist wie, keine Ahnung, nach Call of Duty, wenn so eine Blendgranate geschmissen wird. Also du hast dieses Piepsen, die müssen meistens direkt danach kotzen. Es war meistens eine Aktion, wo sie direkt am Fenster stehen oder irgendwo draußen und dann irgendwie sass, vor der Einfahrt noch ein Auto steht. Also solche mikrowellen Waffen sollen ja eh nur 10 bis 12 Meter Reichweite haben, die kotzen und sofort halt erbrechen und übel und teilweise sogar Unmacht. Und das hast du dann danach, bist du dein Leben lang geschädigt. Der eine kann zum Beispiel jetzt nicht mehr für die Regierung arbeiten, meldet sich krank und dann sagt die halt, ja, es ist halt irgendwas aus deinem persönlichen Leben und es war jetzt niemand Böses. Das ist natürlich eine heftige Enttäuschung. Und das war das letzte große 2021. Und seitdem hat man eben neue Studien jetzt durchgeführt und die sind dann gestern am 1. April jetzt eben an die Oberfläche gekommen. Da tauchen wir gleich ein. Genau. Und da rückt vor allem eine Einheit des russischen Militärgeheimdienstes GRU ins Zentrum. Das ist die sogenannte Einheit 29.155, die angeblich dafür verantwortlich zeichnen soll. Und da gibt es diverse Vorkommnisse, die sich da eben aneinanderreihen, beziehungsweise die Recherchen behaupten dann, dass diese Einheit dafür verantwortlich wäre. Kannst du uns kurz vielleicht nachzeichnen, wie sie auf diese Fährte gekommen sind? Ja, das war eigentlich eine lustige Entwicklung. Da hat sich die russische Bürokratie so selbst ein Bein gestellt. Also es geht da um den ehemaligen Stelfkommandeur dieser Einheit. Ivan Terentiev heißt der. Und der hat lang für diese Einheit gearbeitet. Und die Einheit ist diese 29.155, diese Untereinheit, sage ich mal jetzt vom militärischen Auslandsgeheimdienst GRU, die sind verantwortlich für so zum Beispiel diese Skripal, oder wie heißt dieser Giftstoff? Ich glaube, das war schon in England. Serge Skripal Novichok. Genau, die halt solche heftigen Anschläge im Ausland ausführen. Und das schon seit Jahren in Europa. Und was man jetzt in dieser neuen Studie vor allem gemacht hat, ist, man hat diese Leute identifiziert und dann durch Dienste deren Geodaten vom Handy lokalisiert und konnte halt so ein Netz nachzeichnen, wo Leute zum ersten Mal von dem Havanna-Syndrom sprechen, dass dann zufällig immer die Leute, die sie jetzt beobachtet haben von dieser Einheit, auch irgendwo in der Nähe waren. Und der Artikel ist echt spannend zu lesen. Geht super lang. Also der von The Insider. Können wir auch mal verlinken in den Shownotes. Hat auch übrigens keine Paywall im Gegensatz zum Spiegel. Also danke an die Insider. Aber der Spiegelartikel, der gibt auch ehrlich nicht so viel her. Da haben die nur einen einzigen interviewt, der dann der einzige hier dieser, keine Ahnung, wie heißt es, auch ehemaliger CIA mittlerweile, dann zur Ruhe gesetzt wegen seiner Krankheit. Und die zeichnen halt nur seine Geschichte. Der Artikel von The Insider war schon der beste. Oder dieses 20-Minuten-Video von 60 Minutes. Und das ist auch mittlerweile denen ihre vierte Folge zum Havanna-Syndrom. Also die arbeiten schon länger dran. Und in diesem großen Artikel von The Insider, was, The Insider, müsstest du mir helfen? Ich glaube, das sind russische Journalisten im Exil. Weißt du das? So ist es, ja. Ja, okay. Und die haben nachgezeichnet, wo diese Leute unterwegs waren. Und haben auch ganz cool eigentlich so Einblick gezeigt, wie die arbeiten, wenn sich drei Leute dann zum Beispiel in Wien auf einen Anschlag treffen. Dann fliegt der eine irgendwie über die Schweiz, der andere über die Slowakei. Und wie sie versuchen dann durch die Hinreise immer ihre Absichten zu verschleiern und dann halt im Nachbarland landen und ein Visum für dieses Land und sowas. Und da versuchen die so ein Netzwerk nachzuzeichnen. Und wo dann was passiert war, waren dann zufällig die immer irgendwie in der Nähe. Es ist alles sehr schwammig. Aber das sicherste, den sichersten Nachweis, den man hat, um zu bestätigen, dass Russland an dieser Form von Technologie arbeitet, war eben dieser ehemalige Stellkommandeur Terentiev. Und zwar ist diese Einheit auch damit beauftragt, an Waffen zu forschen. Also nicht nur diese einzusetzen, sondern auch zu forschen. So in der frühen Zeit, als er dort in dieser Einheit war, auch an dieser Waffe geforscht und hat dann irgendwas entwickelt. Wie ist das herausgekommen? Und zwar hat er dann für diese Entwicklung eine saftige Forschungsprämie bekommen. Und also was heißt saftig? Für uns ist es wenig Geld. Es waren glaube ich 1.300 Dollar in Rubelhaltern. Aber das Ganze war nur ein symbolischer Wert. Was die wirkliche Belohnung war, war, dass er dann 2019 befördert wurde in eine Kreml-Position. Und zwar wurde er der Bundesinspektor für Sachalin. Also es ist irgendwas hier, asiatische Länder. Da ist er jetzt derjenige, der die Aufsicht über regionale Gouverneure hat. Das ist so ein klassischer Belohnungs- zu Ruhesetzungsposten, wo er sich halt dann über seine regionalen Gouverneure dann fettes Cash geben kann. Und er ist jetzt auch der Verantwortliche für die Region, die 99% der russischen Diamanten vorkommen haben. Also ist es dann schon eine Belohnung hier. Jetzt gönn dir mal auf diesem Posten und hol dir ein bisschen da was raus. Und es ist geil, als er da befördert wurde, hat der Kreml, da irgendein Finanzsachbearbeiter hat gesagt, hier auf diesem Konto ist irgendwie eine Zahlung. Wir können uns nicht erklären, wo die kommt. Diese Prämie, die du da angeblich bekommen hast, von diesen labbrigen 1.300 Euro. Und dann schickt er ein Foto von einfach einer Buchungsbestätigung oder halt, keine Ahnung, wie es bei uns halt vom Bundesverwaltungsamt halt hier ein Nachweis für eine Verlängerungsprämie oder was ich da halt bekomme. Da steht halt dann diese Forschungsprämie basiert auf seiner Arbeit zu akustischen Waffen. Und jetzt schauen wir mal, ob ich das genaue Wording noch da liegen habe. Ne, habe ich nicht. Aber es ist die Forschungsprämie für seine Beförderung als stellvertretender Direktor basierend auf seiner Arbeit zu akustischen Waffen. Also da steht dann auf Russisch, weil er eben so gute Arbeit geleistet hat in der Entwicklung von akustisch-mikrowellen-blablabla-Waffen, kriegt er diese Prämie. Und dieses fotografiert er einfach, beziehungsweise sein Sekretär, fotografiert es dann einfach ganz schlecht ab und schickt es an diesen Kreml-Finanzbearbeiter. Und später ist der Sekretär auch derjenige, der dann eben diesem Recherche-Kollektiv das Ganze zuschickt. Und so sind die dann daran gekommen, dass sie jetzt mit Sicherheit Russland an diesen Waffen forscht und diese auch einsetzt. Und da weiß man halt, dass Russland diese Waffen benutzt. Ja, es gibt nichts, was nicht durch ein gutes Stück, Stück, wie sagt man so schon, durch ein gutes Stück Bürokratie zerstört werden kann. Auch in diesem Fall dieses staatliche Programm. Was ganz interessant ist, die Orte, an denen das stattgefunden hat. Wir hatten jetzt eben Frankfurt, wir hatten Havanna, wir hatten Bogota in Kolumbien, wir hatten Österreich. Neben anderen, ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber das Interessante ist, dass das jedes Mal Orte sind, die eine gewisse, sagen wir mal, Brisanz haben. Bogota, Kolumbien aufgrund des Kriegs gegen die Drogen. Dann Havanna natürlich aufgrund des geografischen nächsten russischen Verbündeten zu den USA. Frankfurt, natürlich Finanzhauptstadt der Europäischen Union. Und Wien sozusagen als Spionage-Hochburg. Und was ich da hinzufügen kann, ist ein Aspekt, den ein ehemaliger Ranghoher, ich glaube, er war sogar für eine Zeit lang Chef des österreichischen Geheimdienstes, was er gesagt hat in einem Interview kürzlich. Der meinte nämlich, wir laden praktisch in Österreich geheimdienstliche Arbeit auch in unseren Staat ein, durch den Umstand, dass Spionagearbeit nach österreichischem Recht überhaupt nicht verboten ist. Also du darfst hier Spionage betreiben, solange, bis du ein österreichisches nationales Interesse störst, dann wird es illegal, dann wird es kriminell. Aber wenn du jetzt als Russe gegen Amerikaner arbeitest und als Amerikaner gegen Chinesen und Iraner sind hier auch sehr aktiv, hört man, dann passiert das alles sozusagen in einem legalen Rahmen. Illegal wird es erst dann, wenn es sich gegen Österreich richtet. Und deswegen, in Wien gibt es ja auch eine riesige amerikanische Botschaft und da ist eben auch, vielleicht kennen manche, die in Wien wohnen, diese Botschaft, da ist eben auch dieses Havanna-Syndrom aufgetreten und es konnte aber sehr leicht verschleiert werden damals, weil die Umgebung dieser Botschaft, die sich im 9. Wiener Gemeindebezirk befindet, sehr verbaut ist. Also du kannst jetzt locker im Wohnhaus gegenüber der amerikanischen Botschaft dich im Airbnb einmieten, darüber strahlen, wieder verschwinden und es gäbe überhaupt keinen Weg, wie du das hättest verhindern können. Also womöglich müsste man dann irgendwie Blei in die Fassade und in die Fenster der Botschaft demnächst einziehen, damit das nicht mehr möglich ist. Aber das ist schon krass, dass es vor allem so lange im Dunkeln geblieben ist. Jetzt haben wir seit dem Vorfall in Frankfurt 10 Jahre. Was denkst du? Die Art und Weise, wie die Amerikaner damit umgegangen sind, zunächst halt irgendwie das abstreiten, dann reden wir nicht drüber, dann reden wir sehr wohl drüber, aber schauen dabei vielleicht auch ein bisschen blöd aus, weil je länger du diese Symptome hast oder immer mehr Menschen diese Symptome haben und du nicht feststellen kannst, woher es denn wirklich kommt und dann muss dir sozusagen ein Recherche-Kollektiv dabei helfen, das ist dann schon ein ziemlicher Schmach, oder, für die nationale Sicherheit der USA. Ja, du hast gleich diese Meta-Ebenen angerissen, die ich dann auch gleich aufmachen wollte. Ein wichtiger Faktor vielleicht noch, es gab dann ein Oberstleutnant, hier Greg Edgreen, ein US-Oberstleutnant, der hat dann eine Arbeitsgruppe gegründet von 2020 bis 2023, in dem er wirklich Zugang zu geheimen Informationen hatte, nicht nur die jetzt vom Pentagon, sondern von diensteübergreifend, von Leuten, die von diesen Symptomen sprechen. Und er sagte dann auch, es ist schwierig, weil er sagte, er darf über vieles nicht reden, es ist classified, aber er sagte dann bei 60 Minutes, wenn ich falsch liege, dass Russland hinter anormalen Gesundheitsvorfällen steckt, so werden diese Havanna-Syndroms dann im medizinischen bezeichnet, anormale Gesundheitsvorfälle, AHI, auf Englisch kurz, wenn Russland nicht dahinter steckt, werde ich in ihre Sendung kommen und ich werde meine Krawatte essen. Das hat er hier so angekündigt und das ist halt der neue Spin, der jetzt auch seit gestern dann mit im Raum steht, dass eben Russland dahinter steckt. Vorher hat man versucht zu verschleiern, dass es diese Vorfälle überhaupt gibt, können wir uns gleich anschauen, warum man das überhaupt verschleiert, aber jetzt versucht man halt auch zu verschleiern, dass mit dem Havanna-Eck dann auch damals, wo drin steht, das ist sehr unwahrscheinlich, dass es Russland ist und das ist jetzt halt die Meta-Ebene, was das auslost und warum man das verschleiern möchte. Und ein bekannter Fall, der auch super spannend ist, war so ein russischer Militär-Elektroingenieur, also Russland aufgewachsen, junger Mann, hat dann beim Militär gearbeitet, in einer sehr herausgestellten Rolle als Elektroingenieur und auf einmal wanderte aus und wird Koch in den USA, taucht da sogar schon bei einer Kochshow auf und sowas und es ist schon halt random, weil wenn du einmal in so einer prominenten Position beim russischen Militär bist, dann bist du da den Rest deines Lebens, also das ist nicht so wie bei uns hier ihr Dienstzeugnis und jetzt hier haben sie noch ein schönes Leben und der wird auf einmal eben zufällig Koch in Amerika und dann irgendwie ein paar Jahre später taucht diese wilde Verfolgungsjagd auf, wie er dann mit einem Mustang von der Polizei gejagt wird, er war dann eben zur falschen Zeit am falschen Ort und dann haben sie ihn gefunden und dann hat man auch seltsames Gerät bei ihm gefunden und er wurde dann auch 30 Monate in Haft gesteckt, nur wegen dieser Verfolgungsjagd, zum anderen konnte man ihm nichts anhängen, dann wurde er, ist er zurück an die, an Russland gegeben worden oder er ist zurück nach Russland, dort hat man ihn dann an die Front geworfen, wo er vermutlich gestorben ist, man weiß nicht so genau, wie es mit ihm weiterging, aber für Russland ist er halt verbrannt, wenn er so lange im Gefängnis war, also das ist auch eine interessante Entwicklung in diesem Kontext und was halt jetzt zu sagen ist, also die Langzeituntersuchungen, die man jetzt gemacht hat mit den Geschädigten und mit diesen ganzen Vorkommen, die zeigen halt, dass die Geheimdienste entweder nicht in der Lage sind, ihre grundlegendsten Aufgaben zu erfüllen oder daran gearbeitet haben, diese Fakten zu vertuschen oder geschädigte Mitarbeiter halt irgendwie unter der Schwelle der Aufmerksamkeit zu halten und das ist halt jetzt die Frage, warum und da gibt es halt zwei Theorien, die man da aufmacht, warum das Ganze jetzt verschleiert wird und das eine ist eben, um zu verschleiern, dass wirklich russische Agenten auf amerikanischen Boden oder gegen amerikanische Staatsbürger wirklich solche heftigen Attacken ausüben, Spionageaktivität, das kann sich irgendwie jeder noch herleiten, aber dass die wirklich dann mit so heftigen Waffen auf US-Bürger und wichtiges US-Personal wirken, das ist so heftig, dass dann man sich gezwungen sehen würde, darauf zu reagieren und das will man vielleicht nicht, das ist die eine Theorie, um zu verschleiern, dass man hier wirklich so großen Schaden bekommt von den russischen Agenten und die zweite ist eben der Gedanke der Abschreckung und der Angst, wenn es darum geht, dass jetzt die Geheimdienste, die amerikanischen Geheimdienste, aber auch das amerikanische Außenministerium neues Nachwuchs gewinnt, also da wirklich eine Angst zu verbreiten und ich muss sagen, das hat auch mich getriggert, weißt du, ich habe ja unterschrieben, für Deutschland im Worst Case halt Deutschland tapfer zu verteidigen, dieser Tapferkeitsgedanke beinhaltet auch, dass ich bereit bin, dass jemand mit einer, keine Ahnung, fucking 9 Millimeter auf mich schießt und das ist auch okay, da habe ich keinen Bock drauf, aber wenn jemand mit 9 Millimeter auf mich schießt, mit einer Pistole, ich weiß, was ich machen soll und ich weiß, wie ich zurückschieße und das ist okay, meinetwegen kann er auch eine fucking Mikrowelle nach mir schmeißen, aber mit Mikrowellen strahlen auf mich zu schießen, Digga, ich habe Physik abgelegt in der 11. Klasse, nicht umsonst, ich habe da absolut keinen Bock, wenn du dir mal die Symptome durchschaust und dann siehst, was mit dir den Rest deines Lebens passiert, da habe ich solche Hosen voll, ich hätte 0,0 Bock irgendwie irgendwo zu arbeiten, wo mir jemand mit einer fucking Akustik- oder Mikrowellenwaffe in den Kopf schießt, also das ist, für mich war das die Bestätigung, also ich hatte jetzt vor kurzem erst mit Freunden wieder geredet, die irgendwie in Russland oder China Urlaub gemacht haben, jetzt habe ich, ich habe kurz nochmal nachgedacht, ja, vielleicht will ich irgendwann in meinem Leben nochmal nach St. Petersburg oder nach Peking, nachdem ich jetzt mich eingegraben habe ins Havanna-Syndrom, habe ich gesagt, Digga, das war es jetzt, ciao, das Ciao-Leben in Russland, China, ich gehe da nie wieder hin, schon allein, dass ich 14 Jahre irgendwie beim Militär war und dann jetzt irgendwie Journalismus oder irgendwie vielleicht mal was gegen Russland oder China sage, ich, schon allein, dass die Wahrscheinlichkeit zu einem Prozent besteht, dass ich da vielleicht auf irgendein, ich bin so unwichtig, aber vielleicht tauche ich mal auf irgendeiner Liste auf und dann ballert mir jemand irgendwie welche Mikrowellen, also auf gar keinen Fall, also das war es für mich und da muss ich sagen, bei mir kickt diese Abschreckungs- und Angstgedanke, wenn die mit solchen heftigen Waffen unterwegs sind, dann habe ich da absolut keinen Bock drauf und ich glaube, das ist meiner Meinung nach auch wirklich die Theorie, warum die das versuchen zu verschleiern, macht ja auch irgendwie Sinn, stell dir mal die Panik vor, wenn du weißt, da sind irgendwelche Geheimagenten in Amerika drin, die sich als fucking Koch in einem Taco-Wagen verkleiden und dann hier unten die Mikrowellenwaffe unter ihrer Schürze hohr holen und nicht nur nicht nur Agenten, sondern bevor die Agenten oder die Außenministeriumsbeamten angegriffen wurden, die Ehefrau, die war alleine, hat gerade zu Hause eine Waschmaschine am Fenster aufgefüllt, als sie diesen Strahl bekommen hat, also das ist eine hier der Opfer, die davon berichtet und hat diesen heftigen Stich ins Ohr bekommen und wurde da operiert, hat jetzt fucking Metallplatten im Kopf, ist danach schnell rausgerannt, hat dann auch diesen Typen gesehen, sein Auto fotografiert, der dann schnell davon gerast ist. Der Jäger, also das ist wild, also das macht mich richtig fertig. Also wir stellen fest, wenn du noch einmal nach St. Petersburg kommst, dann nur mit dem Panzer. Wow. Den habe ich mir jetzt schon für eine Minute aufbewahrt, den musste ich jetzt abfeuern. Aber andere Geschichte noch, falls das Leute jetzt aufgrund des Umstands, dass man ja diese Mikrowellen bekanntlich nicht sieht und deswegen das alles in eine Verschwörungs-Bubble schiebt, und sagt, okay, die Amerikaner erfinden das jetzt und das ist alles nur Placebo und reimen sich da eine Geschichte zusammen, weil sowas auch immer leicht möglich ist. Also alles, was mit freiem Auge nicht erkenntlich ist, hat immer ein gewisses Mysterium mit sich. An Mikrowellenwaffen wird geforscht seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ist tatsächlich eine Praxis, die auch schon die Nazis versucht haben, an, ja teilweise eben Häftlingen in KZs. und die große Zeit dieser Forschung, wie man dann im Nachhinein durch deklassifizierte CIA-Dokumente feststellen konnte, war in den 50er, 60er und 70er Jahren durch ein Projekt, das glaube ich vielen bekannt ist, das sogenannte MK-Ultra-Projekt, bei dem eben versucht wurde, nicht nur durch Mikrowellen, sondern auch durch Hypnose, durch Elektroschocks, einen Zustand von, ja sozusagen, Fremdsteuerung von Menschen herzuführen, also wirklich Menschen in so einer Trance zu bewegen, dass sie absolut programmierbar sind, teilweise auch mit LSD und so weiter, im Endeffekt ist, und das ist das, was man darüber weiß, es ringen sich auch viele Verschwörungsmythen darum, dass das eben, dass dieses MK-Ultra-Projekt sehr wohl noch im Gange ist und dass sehr viele Dinge davon, die tatsächlich funktioniert haben, nicht veröffentlicht wurden, aber die offizielle Variante ist, man hat das probiert, Menschen in eine Fremdsteuerung zu bringen, durch die Anwendung von zum Beispiel Mikrowellen, dass man es aber nicht geschafft hat und dieses Projekt dann 1973 beendet hat, aber es gibt auf jeden Fall eben diese Versuche und es wäre doch komisch, wenn die nach 1973 dann einfach von allen auf der Welt stillgelegt worden wären und keiner hätte sich mehr damit befasst. Was würdest du sagen? weil ich will da noch gleich rein, weil das wird auch in der Insider, Insider dann berichtet, die Versuchen so nachzuziehen, wie im Kalten Krieg dann die Sowjetunion dann noch an diesem Projekt geforscht hat, dann vorrangig, dann witzigerweise in Kharkiv, also im Osten der Ukraine und diese Daten wurden dann, erstmal sind die dann verloren gegangen, später gingen die dann wieder zurück an Moskau und witzig war auch das letzte Puzzleteil, da lagen noch irgendwelche alten Studien auf der Krim und dann erst mit der Annexion der Krim konnte man dann diese letzten Forschungsergebnisse dann auch in russische Hände übernehmen, also sogar da waren noch Forschungsergebnisse, also es hat für mich so richtig, keine Ahnung, so ein bisschen fast schon so Stranger Things-Vibes, da forschen die ja auch an solchen elektromagnetischen Waffen und ich meine, all diese Filme, wo, ich meine, es gibt es ja andauernd, dass irgendwelche Agenten mit komischen Waffen ausgerüstet sind und da gibt es ja tausende Filme, die müssen ja auch irgendwie ihren Funken Wahrheit haben, aber für mich war es trotzdem so ein heftiger Takeaway, also diese Filme sind nicht, vielleicht sind die inhaltlich und sachlich oder von der Art, wie es dargestellt wird, jetzt nicht korrekt, aber dass du Agenten hast, die irgendwie unter uns und das zeichnet hier auch in der Insider nach, wie die teilweise dann bei Sportveranstaltungen russische Agenten sich einschleusen, als, keine Ahnung, als Personal, die da unterstützen, als Flaschenträger und was, also in, wie, wie heftig das geht, dass, man macht sich da Gedanken bei Russland, man kennt es aus Filmen und CIA und ja, alles übelst, witzig und spannend und Agenten und James Bond, haha, aber es, es ist wild, auch wenn man sich anschaut, da frage ich mich auch so ein bisschen, wenn wir jetzt kurz rauszoomen, so in der Demokratie, wenn du irgendwelche Diplomaten hast, die du ins Ausland schickst, dann, keine Ahnung, im Außenministerium, dann sind es halt wirklich mit der Masse Mandatsträger oder halt von Mandatsträgern ernannte Politikexperten, die da wirklich versuchen, durch politisches, diplomatisches Handeln irgendwie Lösungen oder Probleme hier zu lösen oder wie auch immer da Politik zu machen. Wenn man sich anschaut, halt, wen Russland als Diplomaten ins Ausland schickt, das sind immer irgendwelche Militärs oder FSBs, die dann, also für die ist es gar nicht, wir schicken jetzt Politiker ins Außenministerium, irgendwie ins Ausland, sondern das sind immer irgendwelche Agenten, die da noch eine doppelte Ausbildung oder noch eine zweite Ausbildung haben oder da ist es einfach so in der Kultur mit drinnen, dass jeder irgendwie für einen Dienst arbeitet oder dort noch Interessen hat. Es ist zu wild und es ist halt auch so ein Takeaway, dass, also die, vor allem für die Amerikaner und deswegen auch der Ansatz wahrscheinlich der Verschleierung, es ist halt ein fucking Krieg dann unter der Hand. Es sind halt, es ist maximale hybride Aktivitäten, hybride Kriegsführung, die da ausgeführt werden und die Amerikaner sind nicht die einzigen. Es gibt mehrere kanadische Geheimdienstbeamte, die auch damit erwischt wurden. Es bleibt also noch was zwischen, zwischen Russland und den Amerikanern zum größten Teil, aber es ist, also mich macht, mich, ich musste richtig schlucken, nicht so, weil es mir nicht bekannt war, aber dieses Ausmaß, ähm, ey, das finde ich schon wild, die beschreiben dann auch bei, gleich dann kannst du, bei The Insider, wie der Kommandeur von dieser Einheit jetzt versucht, seinen Sohn da schnell reinzuwuppen und sein Sohn ist halt so ein richtiger Schönling und so ein, halt, keine Ahnung, so russischer Agent im 21. Jahrhundert, der auch sein eigenes Social Media Profil hat, wo er eben postet, wo er gerade überall auf der Welt ist, aber dann heimlich dann sein Handy wieder fünf Tage ausmacht und dann irgendwo wieder verschwindet und dann zufällig gesehen wird, wo dann Havanna-Syndrom wieder auftaucht und sowas und wie die halt versuchen, ihn an der normalen Karriereleiter vorbei auch auf einen voraus hier vorgestellten hier Posten zu bringen und sowas, also die Agentenleben in Russland ist irgendwie völlig normal, was bei uns hier nur Fiktion ist, ist bei denen krass und ich frage mich, ob wir in einer Demokratie, ob das CIA, man, CIA macht auch viel Scheiße, aber ob wir einzelnes Personal haben, das mit irgendwie chemischen Waffen oder Biowaffen oder was weiß ich für Waffen dann dort im Ausland Unfug treibt, könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht machen sie es so sauber, dass man es nicht mitbekommt, aber es ist einfach, es ist wie Stranger Things, so eine Parallelwelt, wo halt die ganze Zeit gekämpft wird und du bekommst davon nichts mit und jetzt ist mal kurz so ein Rift aufgegangen und du siehst halt, wie so ein Monster rauskommt und stellst fest, oh fuck, da ist er im Hintergrund ganz viel, was verpiss dich, mein lieber Monster, weil ich in der Öffentlichkeit oder ich als Gesellschaft bin nicht bereit, das zu verdauen, also schnell wieder verdrängen. Ja, also ich glaube, wir sollten jetzt die amerikanischen Kapazitäten auch nicht unterschätzen und nur weil Demokratie heißt es nicht, dass sich der Staat hier, es gibt ja auch solche Dinge, also selbst bei uns in Österreich ist es dann so, wir haben politische Skandale und da werden dann Festplatten irgendwie vor den Richter gelegt und dann heißt es auf einmal, Herr Richter, Sie können sich leider diese Festplatte nicht anschauen, da sind Staatsgeheimnisse drauf, was diese Staatsgeheimnisse sind, wir werden es halt nie erfahren, weil es Geheimnisse sind und da reden wir von der kleinen Bananenrepublik in den Alpen. Kleine Sache noch am Rande, wir erinnern uns an das Tucker-Carlson-Interview, wo Tucker versucht hat, den Journalisten Ibn Gershowitz sozusagen bei Putin frei zu pressen und so erklärt sich jetzt auch dieser ganze russische Blick auf die Spionageszene, jetzt sagt der gemeine Amerikaner und sogar Tucker Carlson sagt, hey, das ist doch nur ein 29-jähriger Journalist, das ist doch ein junger Buhr, was sollten wir getan haben? Aber wenn du natürlich weißt, dass jeder russische Journalist oder vielleicht jeder Koch, den du in die USA schickst, halt auch eine Zweitmission hat, dann bist halt du in diesem Framing, dass du der Meinung bist, naja, natürlich würde er sich als Journalist ausgeben, aber der hat hier diese und diese Dinge recherchiert und das und das fotografiert und deswegen ist er garantiert einer, weil wir machen das ja auch so. Wir sind ja auch Koch in Amerika. Insofern, genau, insofern ist es verständlich, dass die Russen auf das natürlich etwas anders blicken als erstens wir normalos, die sich mit Spionage natürlich nicht auskennen und zweitens als vielleicht die Spionage in anderen Staaten stattfindet. Aber das ist natürlich vor allem aufgrund dessen, dass Russland so viele Sicherheitsdienste hat und dass schon aus der sowjetischen Zeit kommend natürlich der KGB riesig war, der KGB aufgesplittet wurde in mehrere Dienste, im militärischen Geheimdienst, GRU, FSB etc., dass da natürlich eine ganz andere Tiefe in diesem Staat an Möglichkeiten und auch an Personal da ist, sowas durchzuführen. Russland ist ja auch einer der wenigen Staaten, in dem es noch geschlossene Städte gibt. Also dort, wo wichtige Infrastruktur ist, aus militärischer Hinsicht, aus energietechnischer Hinsicht, da darfst du als Mitarbeiter des Atomkraftwerks plus deine Familie haben dann einen Extrapass, mit dem dürfen die in die Stadt und du darfst dort gar nicht rein. Und das ist etwas, das gibt es in den USA, da ringen sich die Mythen um die Area 51, aber sonst kannst du überall hinfahren. Das ist einfach komplett anders auch in der Gesellschaft verwoben und aufgrund dessen, würde ich jetzt mal sagen, akzeptiert als komplette Normalität. Ich habe noch eine Meldung und dann einen Gedanken, den ich noch mit dir teilen wollte und zwar letztes Jahr war ja in Litauen der NATO-Gipfel und da wurde berichtet, das einen steht nur Senior NATO Official. Ein Senior NATO Official, der dort mit dabei war, auch unter während des NATO-Gipfels halt unter diesem Havanna-Syndrom mit einer heftigen Zusammenbruch und all diesen Symptomen mit einem mutmaßlichen Angriff, mit einer Mikrowellen- oder akustischen Waffe, während des NATO-Gipfels in Litauen. Also das hätte er auch schnell halt mal irgendwie Pistorius oder einen deutschen Official treffen können. Also das fand ich noch wild, das ist auch wirklich nicht nur irgendwie ausgewähltes Personal, also es ist ausgewähltes Personal, aber das ist eben, dass es auch uns treffen könnte, wenn wir jetzt hier einen krassen Experten haben. das ist auch vielleicht der Aspekt, der mir am meisten ja auch Bewunderung abbringt irgendwie, wenn ich das jetzt rein technisch betrachte, sie treffen halt auch wirklich die Leute, die sie treffen wollen und da gibt sehr wenig oh ist uns jetzt passiert, dass hier jetzt gerade jemand durchgelaufen ist und dann haben wir jetzt auch erwischt, sondern sie treffen ja tatsächlich die Menschen, die sie treffen wollen. Das ist schon bewundernswert, wie treffsicher sie mit dieser Waffe umgehen. Kommt natürlich auch durch den Umstand, dass du nur wenige Meter entfernt dich platzieren musst, um mit den Mikrowellen, weil also so viel Physik weiß ich auch noch, dass Mikrowellen natürlich so weit nicht wirken, du könntest jetzt keine Mikrowellen 10, 12 Meter beschreiben, Kilometer Distanz schießen, genau. Und das finde ich krass, also das ist dann auch worauf sich der Spiegel dann fokussiert hat, auf wirklich die Biografie von Mark Polymeropoulos, also ehemaliger CIA-Agent und der war früher in Russland tätig und dann ist er später dort für Osteuropa oder Eurasien, der neue Beauftragte beim CIA geworden und hat eigentlich nur einen Touristentrip nach Moskau gemacht, wo er mit den russischen Geheimdiensten, auch die haben noch Kanäle, wo sie sich ausgetauscht haben, das war irgendwo glaube ich 2017, wo sie darüber sprechen wollten, hey, wie können wir uns denn näher kommen und er ist dann im Hotel und in einem Café, wo er dann beschreibt, dass er diese Symptome hat und er sagt halt, ja das war halt ein Racheakt, weil er früher dann bei einer wichtigen Veranstaltung 2014 in der Ukraine als CIA-Agent mit dabei war, die Russen wissen, welche Agenten das waren und auch die, die jetzt gar nicht mehr im Dienst sind, aber damals beteiligt waren, die werden immer noch heimgesucht damit, also dieser Revenge-Gedanke ist bei denen auch nochmal viel heftiger. Jetzt will ich zum Abschluss nochmal die letzte Meta-Ebene aufmachen, weil es sind Medien und Recherche-Kollektive, die sowas aufklären, also welche Rolle haben dabei die Medien, ich bewundere auch dann den Journalist, es gibt da diesen amerikaschen Journalist, der Experte damit ist, russische Agenten zu, wie nennt sich das, zu doxen, also hier aufzuklären, wer die sind und was die machen und wo die unterwegs sind, also es ist ja auch, da bin ich wieder, ich habe gestern sogar kurz nachgedacht, ey geile Arbeit, was der Spiegel da machte, ich hätte auch Bock dort Journalist zu sein und bei der Aufklärung von sowas mitzuhelfen, andererseits habe ich halt keinen Bock, dass mir irgendwie eine Mikrowelle an den Kopf geschmissen wird, also was macht das für uns als Medienschaffende, deine Gedanken, also die Rolle von Journalisten, sollten die genau sowas machen, ist es zu viel, ist es jetzt genau als vierte Gewalt, wir sagen, die Journalisten, die jetzt der Regierung sagen, okay, ihr könnt es nicht länger verheimlichen, ihr müsstet mal jetzt was tun oder sollten die eher die Schnauze halten, vielleicht deine abschließenden Gedanken dazu. Ich finde es geil, wenn wir darüber erfahren, weil ich bin daran interessiert, aber an dem Moment denke ich mir dann immer, hey, Graslbur, so spreche ich manchmal mit mir selbst, in der dritten Person, ich glaube, du hast auch ein Havanna-Syndrom, ich habe auch ein Havanna-Syndrom, ein Angeborenes, aber, sei nicht naiv, wer sagt denn, dass die nicht Geheimdienstinformationen von den Amerikanern bekommen haben, um diese Story in den Medien zu platzieren? oder von den Russen, die größere Interesse daran haben, dass man das vielleicht platziert hat. Oder von den Russen, um jetzt irgendwie zu posturen und zu sagen, hey, schau, wir sind so viel stärker und wir haben hier eine Waffe, die die Amerikaner nicht haben, das machen die Russen ja gemeinhin gern, das heißt, absolut reine Recherche, ohne etwas von irgendjemandem anzunehmen, der zweifelhaft ist, das kannst du, glaube ich, bei solchen Geschichten sowieso nicht schaffen und ob da ein politisches Interesse dahinter steckt. Ich möchte im Spiegel jetzt nicht unterstellen, unethischen Journalismus zu betreiben, das war, glaube ich, ein Privatphänomen des Herrn Relotius und nicht des Spiegels generell, aber da musst du, glaube ich, viele Gewissensbisse überkommen, damit du so eine Geschichte rausbringst und dich dabei nicht gleichzeitig in Gefahr bringst, irgendjemanden den nützlichen Idioten zu spielen, der dich ausnutzen will, um diese Geschichte öffentlich zu machen. Aber ich denke, dass die Öffentlichkeit ein Interesse hat, ich habe ein Interesse daran, dir hat es auch gefallen scheinbar oder du warst begeistert und schockiert zugleich. Also insofern finde ich super, wenn die Öffentlichkeit aus diesen Kreisen auch etwas mitbringt. Spannendes Thema, dann würde ich auch die Folge hier zum Abschluss bringen. Stellt uns gerne eure Fragen in die Kommentare, gebt uns 5 Sterne, liked und abonniert, falls noch nicht, 90 Prozent unserer Hörer haben uns abonniert, die anderen 10 Prozent macht einfach mit und abonniert uns auch. Gerne auf allen Plattformen. Ihr findet auch kurze Snippets von uns auf TikTok. Danke fürs Zuhören und Andi, es war mir mal wieder eine Freude und ich wünsche dir noch eine gute Woche. War mir auch eine Freude. Servus.